Wow, in dieser Branche geht es aber richtig ab, gerade hier. Ich habe euch gerade noch... Wow, wow, das kam jetzt schnell. In diese... Wow, ich habe Brandheißinformationen zur neuen Vario XR4. Ich habe euch sie gerade vorgestellt in einem Video. Und ich sagte euch, das ist ein Enterprise-Headset für Geschäftskunden und wir Konsumenten kommen erst irgendwann. Vergesst es, das war eine falsche Information. Ich habe gerade von Vario eine neue Information bekommen. Und zwar, das kommt auf jeden Fall raus für uns Konsumenten. Und direkt ab jetzt könnt ihr euch schon eintragen in eine Warteliste. Also ja, das kommt raus und zwar schneller als erwartet für uns Konsumenten. Das ist wirklich mal ein Ding. Für alle von euch, die gerade mein Video zu dieser Brille nicht gesehen haben, das ist die neue Brille von Vario. Und ja, die hat wirklich mal richtig tolle Specs. Eine super hohe Auflösung, nämlich 4K pro Auge und sogar noch eine höhere Auflösung als die Apple Vision Pro. Und zwar 20% mehr Pixel als die Apple Vision Pro. Das ist schon erstaunlich. Und ja, das Ganze hat auch einen fantastischen Pass-Through. Und zwar sagt Vario, dass dieses Gerät, dass der Pass-Through so gut ist, dass man ihn nicht mehr unterscheiden kann von der normalen Welt. Also ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber das könnte richtig gut werden. Dann haben wir Inside-Out-Tracking. Das heißt, ihr braucht keine Basis-Station zu haben. Und es gibt halt Controller. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das eigentlich eine Apple Vision Pro. Ja, und zwar eine Apple Vision Pro für PC VR. Das heißt, alle da draußen, die die Apple Vision Pro toll finden und sich erhofft hatten, dass man mit der Apple Vision Pro auch Steam VR-Spiele spielen kann, aber natürlich die enttäuscht werden deswegen, die haben jetzt was. Ja, die haben jetzt das hier. Die Vario XR4. Denn hat sogar noch bessere Specs als die Apple Vision Pro. Ja, von der Auflösung her und vom Pass-Through her. Und das wird richtig gut. Und es hat Controller. Und man kann damit alle Spiele spielen. Alle Steam VR-Spiele, die wir halt lieben. Wir können damit Microsoft Flight Simulator spielen. Wir können damit auch Elix spielen. Die Controller sind von Razer gemacht. Und es gibt Controller. Ja, das ist halt für uns PC VR-Enthusiasten, für uns VR-Spieler ist es halt perfekt. Und dementsprechend ist das natürlich total toll. Und dass es auch Surround-Sound gibt, schon eingebaut. Alles wirklich richtig gut. Also alle Enthusiasten, echt, die sich vielleicht überlegt haben, okay, wir holen uns eine Apple Vision Pro. Vielleicht wird ja irgendwas reingehackt von wegen Steam VR. Hier ist die Alternative jetzt. Und dass es eben jetzt schon möglich ist, sich auf diese Warteliste zu setzen. Boah, ich bin wirklich, wirklich jetzt viel, viel gehypter als vorher. Ihr merkt das schon, gerade so im Video, als ich das Ding vorgestellt habe. So, ja, schön, schön, schön für die ganzen Enterprise-Kunden, dass sie jetzt was Neues haben. Und ja, wir hoffen mal, dass mal was kommt. Aber jetzt, wow. Wie gesagt, jetzt gerade haben sie mich kontaktiert. Ja, ein paar Stunden, bevor das Ding gelauncht wird. Und haben mir gesagt, so, okay, Sebastian, neue Informationen. Wir haben uns das so überlegt, dass jetzt doch wir sofort, ja, jedenfalls schon mal diese Mailing-Liste aufsetzen mit, für Endkonsumenten. Und ich bin ganz durcheinander, es ist so gut. Ich finde es richtig geil. Ja, das sind wirklich spannende Neuigkeiten. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender für uns, ja. Was denkt ihr? Ist das jetzt vielleicht doch was, wo ihr euch auf jeden Fall auf die Warteliste setzt? Hier für die XR4. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige Enthusiasten gibt, die, ja, sich dann jetzt doch denken, okay, cool. Ich will das. Ich will einfach die Brille haben, die mir die beste Auflösung gibt. Und ein tolles FOV, denn wir haben hier 120 Grad horizontal. Das ist definitiv noch mehr als bei der Palmis Crystal zum Beispiel. Gut, ist auch jetzt fast viermal so teuer, ne. Und ja, für Enthusiasten, denen ist das vielleicht nicht so viel. Und das Pass-Through, das Pass-Through-Build. Wow. Ich habe jetzt hier ein paar Videos für euch, wo wir mal den Pass-Through sehen, die Qualität des Pass-Throughs. Und das alles, was ihr jetzt seht, das wurde mit der XR4 aufgenommen. Und hier sehen wir den Pass-Through der XR4, aufgenommen mit der XR4. Und ja, was ist jetzt hier real und was ist virtuell? Kann man fast nicht auseinanderhalten. Ist dieses Rig hier real oder ist das vielleicht virtuell? Hm, und jetzt seht ihr mal, wie man dann in die Mixed-Reality geht, beziehungsweise wie man aus der Mixed-Reality wieder in VR reingeht, oder? Ist das jetzt doch echt? Es ist absolut verrückt. Und dann seht ihr hier diese Blase da, die da hier herumschwebt. Die macht alles noch ein bisschen komplizierter mit ihren Reflexionen hier, der echten Welt oder der VR-Welt. Und, hm, also ihr seht schon, das schmilzt einfach ineinander. Gerade einfach, weil VR und Pass-Through fast gleich aussehen. Das ist unglaublich. Ja, dann hier eine super Anwendung für Mixed-Reality. Unten der Bereich ist natürlich real. Und das ist aufgenommen mit dem Pass-Through der Vario XR4. Ja, das ist also ein Cockpit. Und die virtuelle Welt da rum, ja, das ist halt virtuell. Also die perfekte Anwendung für Mixed-Reality. Und sowas habe ich schon mal ausprobiert auf der AWE. Und es war sehr begeisternd. Und jetzt mit der XR4, das könnte gut werden. Ja, und hier ein Lagerhaus aufgenommen durch den Pass-Through der XR4. Also, ja, fotorealistisch. Sieht schon ein bisschen besser aus als der Pass-Through der Quest 3. Aber gut, das ist auch ein bisschen teurer hier, das Gerät. Also, das sollte man erwarten, dass da der Pass-Through besser ist. Aber guckt euch das mal an. Das ist also total toll. Und stellt euch vor, alles natürlich in 3D. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man das von der echten Realität nicht mehr unterscheiden kann. Das ist echt mal der Wahnsinn. Also, es sieht schon gut aus. Ja, der Pass-Through ist wirklich mal nice. Ja, ein spannendes Gesamtpaket jetzt für Enthusiasten. Für verrückte Enthusiasten, die einfach das Allerbeste haben wollen. Super hohe Auflösung. Mehr FOV noch als die Apple Vision Pro auch. 120 horizontal, 105 vertikal. Das hat die Apple Vision Pro nicht. Denn die Apple Vision Pro hatte eben Micro-OLED. Und da ist es nicht so einfach, diese großen FOVs zu schaffen. Dafür haben wir jetzt hier bei der XR4 halt kein OLED, sondern nur LCD. Und dafür immerhin aber mit Local Dimming. Also, das hatten wir bei der Aero und bei der XR3 halt nicht, dieses Local Dimming. Und deswegen war die schwarze Werte nur so okay. Hier aber dann jetzt mit Local Dimming. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Hat sich eure Meinung jetzt geändert? Dadurch, dass es jetzt ganz klar auch für Konsumenten ist. Das würde mich interessieren. Und denkt ihr vielleicht drüber nach, euch das zu holen? Also schreibt es auf jeden Fall in den Kommentarbereich. Denn da würde ich mal gerne wissen, wie ihr das Ganze einschätzt. Und kommt auch auf den MRTV Discord Server. Denn wir werden die XR4 natürlich besprechen. Wir werden uns überlegen, lohnt sich das? Wie sieht es aus mit der Somnium V1? Hat sie noch eine Chance jetzt? Und wie sieht es aus allgemein? Ja, oder vielleicht doch die günstige Crystal, die immer noch geil aussieht. Und halt viel günstiger ist. Wir werden alles besprechen auf dem MRTV Discord Server. Der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Und schreibt es auch mal in den Kommentarbereich. Setzt ihr euch auf die Warteliste? Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Ja, wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das jetzt. Und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Denn wie ihr seht, hier gibt es mal das Neueste zum Thema VR, Quest 3, XR4. Und es ist gut. Es macht Spaß. Also, das ist gut. Ja, so. Jetzt reicht es aber. Jetzt reicht es. Und ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Daumen nach oben nicht vergessen. Ich freue mich drauf, euch auf dem Discord Server und im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Das ist gut. Tschüss.